Das ist Marvel 1972 von den Nomads. Heute unterwegs mit IS-173, auch von den Nomads. Wir fahren T43 im Platoon und ihr kennt das ja, ihr habt das ja schon ein paar Mal mitgekriegt. Du fährst im Platoon, willst einen geilen Zug machen und so weiter und was passiert? Deine Gegner sind auf einmal super stark, du bist Low-Tier und, und, und. Und es ist halt wichtig, dass man super konzentriert dabei bleibt, und es eventuell nicht zu offensiv dann angeht, das Ganze. Also hier sieht man das jetzt, wir haben zwei Spick mit dabei, im anderen Platoon ist ein T29 und noch irgendwas. Und gehen wir hoch, wir müssen jetzt mal absprechen, wo wir hingehen. Okay, gerne. Also rechts. Wir fahren jetzt ein bisschen atypisch. APCR rein, ruhig mal. Turbo ist gedrückt. Habe ich geladen. Ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall auf die Spick treffen. Dann nehme ich HE wieder. Oder Minimum AP, aber keine. Wir diskutieren die Minimum Munition, die am meisten Schaden dann machen wird. Nothing. Nee, sind nix. Nehmen wir C ein. Nee. Wir hauen sie weg. Da. 12 Tonner. Lieferer. Ihr seht auch immer, dass ich einen kleinen Moment einziele. Und dann erst schieße. Wie so ganz wild rein. So, jetzt von hier oben haben wir eine tolle Übersicht. Hier ist aber nichts los. Siehst du, da wo die Spick ist, da fahren wir hin. Ach, du bist schon unterwegs. Was sage ich überhaupt? Perfekto. Ich kann von hier auf den T29 wirken. Das mache ich jetzt erstmal ein bisschen. Ich glaube, das findet das Team ganz gut. Vielleicht um B, dass wir B halten können. Ja. Ich bin gesichtet. Der ist abgefreit. Ich fahr hier weg jetzt. Kann man den T29 irgendwie machen? Ich kann gerade auf die Spick einwirken. Okay. Okay, dann HE. Wir haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Ich habe Trouble in der Hubble. T43 in der Mitte. Ich komme. Spick gesichtet, HE. Die Spick ist Vergangenheit. T43. Komme mit Turbo. Ich habe ihn nochmal gehittet. Ich habe ihn aus dem Spiel genommen. So, rechts ist Spick. HE. HE im Rohr. Ich fahr links durch. Okay, ich bin auch links. Der hat einmal geschossen, die Spick. Ich bin nochmal weiter links. Spick ist History. AP Munition geladen. 419 gekriegt. Eine Sue. Was können wir A machen? Wir können die Sue anschießen. Ich habe sie gekettet, glaube ich. Ja, ich fahr jetzt linksrum auf die Sue zu. Nee, ich habe mich umentschieden. Ich fahr rechts. Die guckt nämlich zu mir. Oh, Telefon auch noch. Ist ja super. Ich nehme A1 für Sicherheit. Wir liegen nämlich noch hinten. Okay. Wie viel haben wir denn? Oh, nein, wir sind nicht mehr so viele. Wir haben sie. Wir haben sie. Ich komme sofort zu dir. Sie sind fertig. A, eingenommen. Wir haben sie voll erwischt. Jawohl. Sehr schön gemacht. Jawohl. Sehr schön geworden. Sehr schön. Boah, war nicht mehr viel über vom Team irgendwie. Ja. Ich habe auch ein bisschen Schaden, glaube ich, gemacht. Dann doch. Jetzt mach ich noch die Ausnahme. Ja, warte, ich will erst mal die Auswertungsdinger kurz anmachen und jetzt mache ich mal aus. Ja. Ab했습니다. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020